Hier zum Beispiel, den Raum kenne ich jetzt nicht, aber wir haben hier eine Batterie, Batterie, genau, ist schon mal sehr positiv, also ich mag Batterien, können wir die aufmachen, nein, dann war nichts mehr, ne, wir können einfach mal kurz, sehr schön. Okay, ihr steht nicht auf, wir sind ja nicht in Dark Souls, wir gehen einfach mal hier hin, gucken, ob du noch lebst, sieht schlecht aus, aber wir schnappen uns mal das hier und lesen das nach dem Schock. Ich wusste das aber auch nicht mehr, dass da direkt einer kommt, mein Gott. Okay, lalalalalala, Fallnummer eidesstattliche Erklärung wurden vor dem Direktorenausschuss seitens der Mokov Hardline Security geliefert. Die Grund zu folgender Annahme hat, Katastrophale Sicherheitseinbruch in der Psychiatrie, im Psychiatriezentrum, mit drohender Gefahr von Umweltschäden. Nach unserer Überzeugung erfordert das durch eidesstattliche Erklärung und Zeugenaussagen erbrachte Beweismittel, akute Maßnahmen, selten ist leitens der MHS und rechtfertigt die Ausstellung dieser Berechtigung. Sie werden hiermit aufgefordert, MHS vollen Zugang zu allen Einrichtungen und seinen Repräsentanten voller Autorität zu gewähren. Durch die Entgegennahme dieses Dokuments verzichten Sie und alle lebenden Anverwandten auf jeglichen Anspruch und Gerichtsverfahren und bla. Oh, nee, warte, da geht es noch weiter. Irr, war das jetzt das hier? Ja. Oder Ihre Tochter in den Leben und bla 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 bla. Ich schätze, dieses, ähm, ja, das, was wir eben gelesen haben, war quasi die Berechtigungs-, äh, dass diese Armeepfotzen nach oben, äh, hier rein durften. Ich schätze mal, die haben, wie ihr gesehen habt, haben die ganze Arbeit geleistet. Eine Keule. Oh Gott. Okay. Bis jetzt sind wir noch nicht einmal gestorben, hey, ist, äh, ein Vorteil gegenüber Darksworlds. Oh nein, Rollstühle. Okay, wir haben verdammt viele offene Wege. Der lebt noch. Okay. Ich schätze mal, zu dem kommen wir, wenn wir hier lang gehen. Das ist ja noch verdammt viel. Okay, wenn ich mal, ähm, bei dem Spiel ein bisschen ruhiger bin, dann bitte nicht, äh, ausflippen. Das war ich, ne? Ja, das war ich. Das ist nur ein... Entschuldigung, wenn ich ein bisschen vorsichtiger vorgehe. Okay. Ach. Oh. Dokumente, yay, ich liebe Dokumente. Da kann man wenigstens lesen und muss das Spiel nicht spielen. Die erste Patientenbefragung ist vor 28.01.2011. Geschlecht männlich, Therapiestatus... Das kennen wir schon? Stimmt, ne. Morphogenische... Genetische Antriebsaktivität. Stabilisiert sich etwa gegen 20 Uhr fortfahren mit Stufe 3 Hormonen risikobehaftet. Diagnostik, Spirometrie ergab leichte bis mittlere bronchiale Akkumulationen. MRI-Scans über einstimmten mit gemeldeten Träumen des Patienten. Anmerkung. Walker wurde aufgrund seiner selbst zugefügten Verstümmelung in Fixierung befragt. Oh Gott. Die Befixierung musste aufgrund seiner enormen Körpergröße angepasst werden. Extensive Dermal... Was? Dermaler... Leropation... Puschen... Egal. Ebenso übereinstimmend mit fehlgeschlagener morphogenetischer Antriebszellaktivität. Er gibt an, die Entfernung seiner Stirnhaut erlaube ihm eine wahre Sicht, vermutlich zurückzuführen auf eine Art Kindheitserfahrung mit Tuatara-Echsen und ihre paritalen Augen. Muss ich nachher mal googeln. Er zeigte sich besorgt über sein Fleisch, insbesondere um seine Lippen, Nase herum. Das Pflegepersonal sollte angewiesen werden, auf weitere Selbstverständnungen zu achten. Die mentalen Traumata, die er während seines Dienstes in Afghanistan erlitten hat, scheinen den Fortschritt des MA-Prozesses zu verhindern. Seine vorherrschende Fixiertheit, verstärkt durch die Therapie, stellt eine manische Übertreibung mit militärischer Sicherheitsprotokolle dar. Eine Fortsetzung sowohl chemischer als auch psychischer... ...physischer... ...nicht psychischer... ...physischer Fixierung wird nachdringlich empfohlen. Alles klar. Kriegen wir hin, ne? So, haben wir hier noch irgendwer? Nope. Machen wir nicht. Gehen wir weiter. Okay. Frage, bist du... ...bist du uns freundlich gesonnen? Oder willst du uns gleich irgendwie... ...ans Leder? Hi! Ich bin ein Bild... Liebend gerne, liebend gerne, äh, Informant, was war das? Sie kennen mich nicht, nee, das war das nicht, Projekt, Verziehungs, Qualrider, war es auch nicht, wo ist denn das? Man sieht das immer so schlecht, oder sind das meine Persön- ah, ich bin drin, ich bin drin, überall Leichen, Blut, Verbrennung, Köpfe, aufgereiht wie Flaschen in einer Bar, tote Morkov-Wissenschaftler hängen auch von der Decke, auf ihren Namen schildern steht Morkov Advanced Research System, Morkov hat seit langem aus angeblichem Wohltätigungsproblem, bescheißt die dritte Welt und scheffelt eine weitere Milliarde. Wie wird Morkov Geld mit einem Haus voller Verrückten machen? Ein Mitglied einer Art Spezialart wurde aufgespießt wie ein Schwein. Erzählt mir, ich soll hier verdammt nochmal verschwinden und stirbt dann. So ein Arsch, wieso stirbt der auch? Penner, das hätte ich wissen sollen, als ich nur auf dem Weg raus konnte, den ich reingekommen bin. Nerven anstatt, das war das? Gebrochene Männer, eine Reihe gebrochener Männer, start auf einen leeren Fernseher. Sie stehen, äh, sie sehen aus wie Patienten. Sie haben überlebt, was hier geschehen ist, aber sie sind nur noch eine Hülle. Ja, ist gut, ihr braucht mir nicht ins Ohr säuseln. Wieso habe ich das Gefühl, dass der mich gleich anspringt vom Weg? Geh raus hier! Exit. Ich will hier weg. Ich will hier weg. Ganz einfach. Ganz eindeutig. Nicht hier irgendwo rüberspringen oder ist das alles? Ich wollte gerade sagen, spielt ihr da gerade ein Spiel? Alles klar, gut. Bis jetzt sehr intensiv. Hoch, runter. Ich, ähm, um das jetzt nochmal kurz sicherzustellen, ja. Das sieht aus, als wenn man irgendwie vor etwas wegrennen muss. Das da unten sieht aus, als ob man irgendwie reingeht. Ich nehme den Aufzug. Drück doch mal rauf, du Arsch! Mein Gott, nee. Oh, das ist... Komm, das war jetzt eher lustig als traurig. So, ich gehe jetzt hier lang. Das hat mir echt gute Laune gegeben. Entschuldigung, dass ich so spät reagiert habe. Ich weiß jetzt gerade nicht, was das heißt. Oh, nein. Oh, das sieht doch noch... Na, sieht nicht gut aus. Geht dann nicht drauf... Ah, eklig. Kriege ich wenigstens was dafür, dass wir... Ich will hier nicht sein. Geht gleich bestimmt das Licht aus. Wer hat die scheiß Tür zugemacht, Alter? Wer hat die Tür zugemacht? Hä? Wer war das? Ach, du heilige Schatten. Nee, warte mal. Na gut. Das ist nur die übliche Witness. Ihr müsst sehen, Alter. Meine Hände. Meine Hände schwitzen unglaublich. Das ist... Unfassbar. Gerade. Hi. Hi. Ich gehe einfach mal dem Monster hinterher. Das klingt immer nach einer sehr gesunden Wahl. Die spielen aber auch mit einem... Wenn man da jetzt reingeht, dann kommt das... Hinter die abschließen! Warum müssen wir dafür sorgen, dass wir dafür sorgen, warum müssen wir sterben? Walker wird uns nur wegen der sicker werden. Wir sind immer Menschen. Wir haben das nicht gewählt. Okay, Walker wird uns also töten. Oder wird uns eh töten und so weiter. Ich bin furchtbar schlecht im Übersetzen. Ich habe es selbst... Habe ich es verstanden, aber ich kann es nicht wiedergeben. Das ist... Ja, ich möchte die Tür bitte schließen. Danke. Linke Maustaste, um die Tür zu schließen. Ja, bitte. Pssst! Verfluchte scheiße, nicht so laut. Ah. Das weicht übrigens alles extrem von der Demo ab. Ne? Nur mal so. Jot! Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund des bevorstehenden vollständigen Berichts sind keine sofortigen Maßnahmen seitens des Morkovs Corporation erforderlich. Das Profilpotenzial von Projekt Wallrider verbleibt unverändert hoch. Die vier Todesfälle enthalten ausreichend und mit uneindeutige Daten, um das Gerichtsverfahren im Fall der korrekten Handhabung das Beweismaterial zu unterbinden. Projekt Wallrider bleibt gefährlich. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit seltener weiterer Verlust. Seltener weiterer Verlust. Was die bereits Verzeichneten betrifft, so ist es die familiäre sowie selten seitens der Regierung geäußerte Interesse an den Patienten, derheitlich gering, dass keine rechtlichen Maßnahmen zu erfahrten sind. Sprich, das sind obdachlose Penner. Gewalt unter den Patienten steigt, je weiter sich die morphogenetische Antriebstherapie der Produktion von Arbeitsmodellen nähert. Doch eine Kombination aus chemischer und psychischer Fixierung hat sich als hinreichend effektiv erwiesen, um weiterhin Kontrolle und Profit zu gewährleisten. Hochachtungsvoll, Helen Granat. Alles... Achso, das waren wir. Ich wollte gerade fragen, wer hat die Tür zugemacht? Okay, hier können wir durch. Nicht so schnell! Was ist denn? Wenn... Oh! Keule! Okay. So, ich würde sagen, Hi! Noch was zu sagen? So, ich würde sagen... Okay, wir rennen! Gut, gut. Wir haben jetzt das abgecheckt und das abgecheckt. Gut, wir gehen der Blutspur hinterher. Was soll schon passieren. Was soll schon passieren? Hä? Wo muss ich hin? Habe ich hier irgendwie ein Inventar oder so? Muuu? Muss ich die Leiche hier durchsuchen? Hallo Leiche. Hast du was für mich? Äh. Hä? Wir brauchen eine Sicherheitskarte. So viel ist mir auch bewusst, aber wo ist diese? Juhu! Da oben sind wir rausgeflogen, ey. Okay, du hast sie nicht. Warum muss es immer ein langer, dunkler Gang sein? Warum? Warum? Ah, ne? Übliche. Das Übliche würde ich sagen. Blut im Klo. Als ob da einer drauf verreckt wäre. Ne, hier waren wir schon, ne? Ja, hier waren wir schon. Sorry, mein Fehler. Wir gehen jetzt einfach noch mal... Ui. Wo man das irgendwie nachher ausnutzen kann. Diese Mechanik. Oder ob der... Ob der Dicke uns denn vom... Wer stellt da bitte einen Tisch hin? Das ist doch eindeutig ein Fluchtweg. Fies. Warte mal, da hinten geht's nicht lang. Und dann... Und dann... Und dann...